Wie weit seid ihr? Welche Stufen? Oh, hab ich jetzt gar nicht geguckt. Wie ist die Schnisch? In der nächsten Runde nochmal schauen. Ah verdammt! Ich hab irgendwo ein bisschen... ...belang gebraucht zum Überlegen. Wieso, was hast du? Welches Level? Ich hab fast 12. Boah! Boah! Nein! Vorher hätte ich jetzt Bußfeld noch einen, aber... Ich hab keinen. Jetzt hab ich. Schade! Oh nein! Erwärmung! Nein! Oh! Ah, Schatz! Oh! Toa! Und Gotox. Äh, Gotox. 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 Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Mit der Lackierung einer bekannten Zitronenlimonade. Wer? Wer? Der Gotox. Hab ich gar nicht gesehen. Dieses Grün-Blau. Grün-Blaue. Weißt, welche Zitronenlimonade ich meine? Grün-Blau. Jaaa. Weißte Schrift. Weißte Schrift. Weißte Schrift und so. Weißte Schrift und so. Weißte Schrift und so. Weißte Schrift und so. Breit. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Produktplatzierung und so. Breit, oder? Ja, genau die. Ich versteh's grad. Boah. Das Gegenteil von CC. CC ist Gegenteil? Na also, da gibt's doch die Werbung jetzt. Die einfachen. Wir machen jetzt einfach klassische Werbung. Und ich check's irgendwie grad nicht. Ich sag's na, ja. Grün-Blau, Zitronenlimonade. Ziemlich bekannt. Eine grün-blaue Zitronenlimonade. Also, die Zitronenlimonade ist weiß und klar, natürlich. Aber, äh. Die ist grün-blau. Na, aber die ist, äh. Der Aufkleber ist grün-blau. Grüne Flasche und so. Wenn ich das anders ausspreche, könnte ich's in mein Auto rein lernen, oder? Ja, genau. Ah. Okay. Echt, wieso soll ich jetzt fünfmal im Kreis wegen euch sprungst? Ja, aber wenn ich nur die ganze Zeit überlegt hab. Das grün-weiß übrigens ist nicht grün-blau. Ist auch blau. Ja. Der Aufkleber ist grün. Die Schrift ist weiß. Boah. Der war aber auch schön nach vorne gekippt. Ja, von mir kam der. Ich hab 50 Punkte bekommen. Erstmal noch im Befreiungsschrank und nach noch Mittelfeldpass. Ja, mach ich auch. Nur in die falsche Richtung. Ich hab gerade auch wieder einen. Uh. Jetzt hat einer an der Decke entlang. Beider schweigen. Beider schweigen. Ich hab keine Power. Ich kann nicht. Ich hab den nicht richtig rumbekommen. Oh nein, Mittelfeld. Hallo Levin. Geh weg. Echt jetzt dreimal hintereinander. Oh verdammt, daneben gejumpft. Das ist scheiß kompliziert. Das ist kompliziert. Ich weiß nicht, wo der Ball hinfliegt. Wie kannst du denn im Kreis fährst? Ball. Ich erlebe hier die Lasagne. Die hättest du ruhig mal vorbeibringen können. Zumindest ein bisschen davon. Lasagne? So. Das sah aus wie eine Lasagne. Ja. Ja, das sah. Ich dachte ja auch am Anfang. Lasagne. Wenn er nicht runtergeschrieben hätte. Maultaschen auflaufen. Dann dachte ich mich. Lasagne ist geil. Ja, Lasagne ist lecker. Aber Maultaschen? Ich komme ja aus dem Schwabenland. Aber ich muss dann keine Maultaschen kaufen. Tor! Boah. Schöne Nacht. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Weil die ganze Zeit seht ihr nichts von mir. Und dann die Torschau. Ja, das war wie bei mir vorhin. Weißt du, der springt ja über mich hinweg. Das hätte ich denn wahrscheinlich... Ich hab da versucht zumindest noch reinzulegen. Ob es geklappt hätte, weiß ich nicht. Ihr dreht mich die ganze Zeit nicht. Dann ist die Torschau. Dann ist Michael. Ja, meiner. Tor! Boah, sehr schön. Sehr schön. Der sieht richtig geil aus. Der kommt schön davon. Guck mal, wo ich komme. Und dann... Baaaz! Ich die Ecke noch schön reingezogen. Äh, die Flanke noch schön reingezogen. Ja, geil. Sind die jetzt eigentlich alle drei von uns die Tore? Ja. Du hast den ersten gewonnen. Wie macht Leben in den Zweiten? Ne, andersrum. Leben in der Erste, oder? Ja, Leben in den Ersten. Dann hast du den... Nein! Na, ooooh! Mit Gameboard. Witz! Er kommt sicherlich aus der Schweiz. Ich glaube, er kommt aus Österreich. Glaubst du? Ja. Kann er mal die Kommentare schreiben? Ja, kann er mal... Genau. Oder auch mal wieder Zeit. Boah! Lang nichts mehr in die Kommentare gekommen. Ja. Ja. So, fahre ich dreimal an dem Ball vorbei? So, schönen Befallungsschlag. Boah, ich habe mit der Explosion nichts gesehen. Zerstörung. Ich bin einfach nur mitten durchgejumpt. Ich habe, glaube ich, noch einen Weg genommen. 3-1. Boah. Jawohl, ja. Spieler des Spiels. Yay! Piraten Flagge. Blammenwerfer, lila. Ja. So eine neue Farbe. Ne, Levin hat kein Tor gemacht. Da war es der andere. Level 10. Level 10? Ah, jetzt kann ich gucken. 13, gerade am Anfang. Die erste. 12 habe ich jetzt. Bleib mal mit dabei. Mir fehlt noch ein Ticken bis auf 11. Auf. Ja, wir sind alle ziemlich nah beieinander. Von zwei Leveln. Ja. Ich weiß gar nicht, wo das Ende oben ist. Aber ich glaube, es gibt kein Ende. Oh, keine. Ich weiß es nicht. Oh, Verbindungsprobleme. Naja, noch suchter. Ich habe keine Probleme gerade. Na, der hat ja gerade eben kurz diesen gezogenen Stecker angezeigt. Also Verbindungsprobleme. Sollte ich den Stecker mal wieder reinstecken? Niemals. Lass stecken. Wir sind jetzt in 10 Minuten bei 2 Stunden. Jo. Ich limpe dich. Nö. Du brauchst das auch nicht jedes Mal sagen. Das sollte doch mal eine Erinnerung sein. Ich habe einen sehr guten Blick drauf, inwieweit wir sind. Nein, 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 nein. Ach. Der Freiaufschlag. Oha. Möchtest du auch befreit werden? Nein. Schade. Was ein geiles Ding. Juhu. Der war auch sehr schön, ja. Ander Bahnden lang. Das Taxi macht das Ding. Expresslieferung. Der den als Gast drin gehabt hat. Doch toll, der Levin stammt mir das Ding dann noch weg. Der hat komische Probleme. Er rüpft da rum. Nein. Nein. Orangener Bauer. Orangener Bauer. Wir sind die im Orangen. Wir sehr. Nein. Hehehe. Der schon wieder. Der höchste Reich. Der höchste Reich. Der höchste Reich. Ja, dank mir wiedermals. Ich war da auch irgendwo noch mit drin. Oh, Levin. Wirklich. Muss das sein. Mach das gleiche nochmal mit dem anderen Tor. Ich hoffe, der Levin hat bis jetzt alle Tore in diesem Spiel gemacht. Ja, ja. Toll. Ich glaube, der ist der nächste, der aus dem Team wollte. Was heißt der Dx? Der erste Erste. Hehehe. Kevin ist bei dir, muss ich mir nur überlegen. Hallooo. Niemals. Hehehe. Aua. Ja, liebe Leute. Wenn ihr Interesse habt, es werden zwei neue Plätze frei. Ich bin dafür, wir killen einfach mal den Haupt-Admin. Es werden drei neue Plätze frei. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ich habe das Ganze aufgebaut in der Hinsicht. Unsere Gruppe. Den kannst du nicht einfach so rauskicken. Aber wir könnten gar nicht raushauen. Das Volk... Das Volk entscheidet. Haut den mich heraus. Hau den mich heraus. Nein! Finkt euch! Boah, daneben! Boah, daneben! Hau den! Den umwickelst auch voll um den Ball! Oh Mist! Der war so schön gekommen. Der war so schön gekommen. Da der? Oh ne, warum hat der denn aufgehalten? Ach! Boah der wär... Der war so gut gekommen. Oh gut, komm. Mhm. Mist. Der nebengejumpt. Nein! Zu dick. Über ein bisschen gegen dich. Bis hier blauen. Boah! 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 Schade! Boah, da! Mann, der war doch schon am weg springen. Wieso gehe ich da nochmal rein? Hoi so, ich mach den wieder scharf. Bleib doch da weg, ey! Den krieg ich, den krieg ich! Uh, fast. Schade der wär jetzt noch gar gekommen, wenn der Typ nicht im Weg gestanden wäre. Ich glaube der wäre vorbeigegangen. Glaubst du? Mhm. Nein! Oh. Nein. Ich glaube, die Wiederholung wegdrückt. Na, wenn alle drücken. Ja, ich drück mal. Genau. Aber nicht während der Aufnahme, bitte. Ja, ich weiß, es ist spät, die Witze werden flacher. Ja, es wird hier echt so. Apropos Flachwitze, wisst ihr, was ein Keks unterm Baum ist? Nein. Schattiges Plätzchen. Der war schon kühl. Der war auch wirklich flach. Ja. Aber du weißt ja, wie war das doch. Du kannst noch so bleib jetzt sein. Nevin? Nevin. Du kannst dir immer was von der Leiden. Ja. Ja, genau. Kaupertor, gut. Sehr gut, sehr gut. Bandit? Genau. Boah, das ist ein Bandit, ey, der Typ. Er hat mal gescheit ein Tor geklaut. Ja. Welches war mein Lieblingsspruch? Wesentlich nicht mehr. Da gibt noch irgendwie noch so einen. Vielleicht ist der Mercedes gar kein Alter, sondern ein Neuer. Moment. Vielleicht ist der Mercedes gar kein Alter, sondern ein Neuer. Und vielleicht ist er gar nicht Automatik, sondern manuell. Manuell Neuer und so. Das ist ein cooles Tor. Der war schön, ja. Schön mit dem Heck. Arsch reingedreht. Jetzt geht's wieder los, jetzt hast du wieder die Jetfunktion entdeckt. Ich bin Schreiben. Ich bin Schreiben jetzt als Spielen, ich bin Schpons. Kannst du ja mit dem Steuerkreuz links, rechts, hoch, runter, kannst du... Das hast du ja. Ah, du, 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 du. Du kannst dementsprechend viel machen. Falsches Tor, falsches Tor. F*** you. Das war einfach mal groß. Zu spät, wenn du was ganggefunden hast. Doch, Hot Rod. Danke für eine Scheiße. Was war gerade. Damn. So, wo mit dem Ding? Sehr schön. Okay. Wo ist denn hier der... Nee. Der Ausgang? Genau, der Ausgang. Nein. Falsche Richtung, wenn wir fünf Sekunden... Falsche Richtung. Blasen, Raketenspur. Juhu. Tropfen auf den heißen Steinen. Also, äh, Trophäe. Und ich hab jetzt den Wikingerhelm. Ich habe ein neuer Level. Auch Level 12? Nee, 11 hast du. 11, ja. Leben hat am meisten Punkte gemacht. Durch zwei Tore, ist ja schön. 500 Punkte, ist schon heftig. Dazu die Vorlagen und die Schüsse. Gruppe wurde wegen eines Verbindungsfrieders aufgelöst. Schön. Seid ihr noch in der Gruppe drin? Ja. Leider Vorgang. Äh, okay. Bei mir waren Verbindungsfehler. Ähm. Achtung, wir sind... Doch, wir sind alle wieder da. Jajajaja. Aber bei mir stand irgendwie dran, dass man... Friecht zu Ende. Äh, ja, ja, ich guck grad. 2, 3, 4, 4 in dem falschen Team, Jungs. Echt? Ja. Dann wir nicht mehr im selben Team sind. Oh, du Gelber. Dann wir nicht mehr sind. Na, es vergisst es. Das war auch mal interessant. Ja. Raus aus unserem Server, aus unserem Teamspeak-Server. Ja, meiner. Raus aus unserem Let's Play. Ja, das war mal ein eigenes Let's Play hier. Mit den anderen. Ah. Ich dachte, ich hätte einfach mal gewischt. Das war mal ein halter Kampf, ey. Ich jagte dich auch da oben. Nein, nein, nein. Ja, oh ja. Ein Zürfe. Meinen die. Verräter. Raus zu. So, liebe Leute. Jetzt glaub ich, wird doch ein Platz frei. Der Bichert möchte auch freiwillig raus. Nicht so freiwillig raus. Esst doch schon draußen. Esst doch schon bei der anderen Mannschaft. Ja, ich bin schon mit leider. Ja, dann hätte ich kein Problem abholen. Wir brauchen nur einen Hauptadmin. So, wer will. Kein Job für euch. Dann müsst ihr Verantwortung tragen. Ach, das bisschen, was du trägst. Hey, wolle mal. Ich hab auch irgendeine Dinge dazu bekommen zu. Nein. Ja. Mein Team, ey. Ihr seid die besten Jungs. Ja. Gott sei Dank nur durch meine eigenen nicht. Euch nehme ich alle auf. Ja, super. Kannst ja bitte das Let's Play machen. Ja, mach ich ja gerade. Ich wüsste nicht. Das ist für ein Vogel sein. Immer abschießen. Ich warte nur da drauf. Scheiße, das Spiel. Ja. Hauptsache. Und ich bleibe auch platt machen. Wir haben eine neue Challenge entdeckt bei diesem Spiel. Wir versuchen jetzt gegenseitig um zu jagen. Scheiße. Ja, mach ich jetzt auch schon. Die anderen denken auch, Micha, mach was. Nein, nein. Jack, die anderen auch. Da. Da. Ah, der, ne? Ja. Ja. Ha, 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 ha. Ah. Boah, schade. Ach, schade. Boah, ne Ball auf einmal weg. Danke. Ja, man, such den Hobby, Alter. Hab doch eins gefunden. Ja, super. Ich fahr hoch, Ball fliegt runter. Ich fahr runter, Ball fliegt hoch. Ah. Ja, ich fahr runter. Das hat aber was gebracht. Von mir und auf die Vorlage. Ich jag dich und denk uns sieht bei unserer Meinung auf die Tore auf hier. Ah, schade. Noch einer dazwischen. Nein. Zu schnell. Tor. Was? Oh. 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 Trag der Typ mit seinem Vogelstaus. Ah, du wieder. Zum Henker findet ihr bitte die ganze Zeit da irgendeinen Scheiß. Reiben. Nein, nein. Ganz sinnig. Oh, krass. Ja, sie wieder eine. Ah, fuck. Jawoll. Ja, hättet ihr den komischen Lüsterreicher nicht, dann sind wir das ganz, ganz düster auszuladen. Weißt du, der stoppt da an allemal, fang vorbei. Na ja, so ist richtig. Die Spinner. Ha 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 ha. Du bist da. Du hast genau gesehen, dass du mich rammen wolltest. Ja, tatsächlich wollte ich dich rammen. Ich hab mein Ziel erreicht. Scheiß auf der Spielhauptsache, ich hab den Büch abzustellen. Ja, Blumen. Ich kann jetzt auch Blumen abschließen. Okay, gehen wir raus. Jo, gehen wir raus. Boah. Einmal mal kurz, schön weggecheckt. Oh, well. Ja, ich würde dann aber auch sagen, dass wir jetzt langsam zum Ende kommen. Fuck. Keine drei Stunden und so. Ja, ist das... War am Wochenende. Jetzt muss ich arbeiten. Scheiße, ja? Ach, was. So eine Mimi. Mimi. Mama. Ja. Morgen nochmal. Levin, du hast ja auch frei, oder? Ja. Also, können wir ja morgen nochmal aufnehmen. Levin, bis zum Morgen früh irgendwann online? Bestimmt. Also, können wir ja morgen morgen früh dann einfach ohne mal ohne den Milcher zocken. Oh ja. Jetzt hab doch ne Milcher. Haben wir jetzt ja auch eben gemacht. Also, gut. Dann würde ich mich trotzdem mal verabschieden. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, liebe Leute. Bis, cien.